Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu dieser kleinen aber feinen Erinnerung. Heute Abend um 19 Uhr findet ein Livestream auf Twitch von mir statt. Ein Minecraft namenlos Livestream. Was wir dort machen werden, das könnt ihr bereits im Livestream Titel sehen, wenn ihr einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickt. Keine Sorge, es ist alles kostenlos, ihr braucht keine App, kein Konto, nichts. Geht einfach auf den Link, dann kommt ihr zu meinem Stream. Und ich hoffe wir sehen uns dann dort. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann und ciao.